Wenn die Komposition ein bisschen mehr Details und Liebe braucht. Vor kurzem habe ich gezeigt, wie man diese Grafik hier erstellen kann. Und zwar schaut ihr einfach in das YouTube-Tutorial von mir, wo ich einfach herzeige, wie man einfach so eine Grafik erstellt. Und da ist es natürlich so, dass es relativ einfach ist, denn der Monitor ist scharf, er ist genau oder relativ einfach ausgerichtet. Ich habe keine Unschärfung, kein Bildrauschen und sonstiges. Wie gesagt, für die Grundlagen schaut euch das Ganze an, wie ich dieses Tutorial oder dieses Compositing erstellt habe. Jetzt in diesem Video möchte ich herzeigen, wie man das Ganze auf ein neues Level bringt, beziehungsweise bringen muss, wenn man nämlich in eine etwas schwierigere Datei seinen Bildinhalt einbauen möchte. Starten wir einfach einmal gleich damit los. Okay, also das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich mache das mal zu. Es geht im Wesentlichen darum. Ich blende das mal aus und man sieht jetzt, okay, ich habe da jetzt ein MacBook Pro, ein Display. Und das hat ein gewisses Rauschen drauf, ist auch in der Unschärfe. Ich habe hier im vorderen Bereich Elemente, die den Bildschirm etwas abdunkeln und jetzt nicht mehr ganz so gut quasi ersichtlich machen. Und eben, ja, einige Problemstellen, die man da jetzt lösen muss, damit das auch wirklich realistisch ausschaut. Vom Aufbau in dieser Datei, nur ganz kurz, ist es jetzt wie folgt. Ich habe eben hier dieses Hintergrundbild und dieses Hintergrundbild ist wiederum von Unsplash. Und hier bei Unsplash ist es ein Bild von dem LinkedIn Sales Navigator. Und das habe ich eben runtergeladen und hier schon geöffnet. Des Weiteren habe ich mir einen Screenshot erstellt von meinem LinkedIn Profil. Also LinkedIn.com slash in slash Martin Dörsch. Und dieses Profilbild möchte ich jetzt eben hier drüben einbauen. Ich habe natürlich auch schon diesen MacBook Pro Screen erstellt, wie schon zuvor in dem anderen Tutorial gezeigt. Das ist im Wesentlichen genau die Auflösung vom MacBook Pro, den ich jetzt auch im Bild verwenden werde. Eigentlich geht es nur um Seitenverhältnis, aber ich habe auch gleich diese Auflösung genommen. Und dieses Smart Objekt habe ich auch schon hier herinnen quasi eingebettet. Das heißt, wenn ich das jetzt verändern möchte, kann ich mit einem Doppelklick reingehen, das jetzt öffnen, zumachen, speichern und ich habe das Bild hier entsprechend auch vorliegen. Okay, soweit, so gut. Das ist jetzt bis hierhin quasi nichts Neues. Wie gesagt, wenn man das Tutorial vorab schon gesehen hat, also das vorhergehende Tutorial. Und jetzt möchte ich das Ganze einmal rein platzieren. Dafür gebe ich mal die Deckkraft wieder nach unten. Mittels Command-T oder Strg-T auf Windows passe ich dann mal die Größe an und lege mal das erste Eck ungefähr dorthin, wo ich es haben möchte, beziehungsweise dann im Anschluss brauchen werde. Mit gedrückter Command-Taste nehme ich mal das nächste Eck und auch dieses Eck. Und da sieht man schon, da ist auch schon das Ausrichten wesentlich kniffliger bei dem Bild. Das heißt, es sollte wahrscheinlich hier sein. Man kann es ja dann im Nachhinein auch jederzeit anpassen, wo man es haben will. Und da wird es natürlich schon spannend, denn ich muss da jetzt die Weiterführung, wenn man so möchte, von diesem Eck und von diesem Eck berücksichtigen. Das heißt, da geht es so raus bis hierhin. Genau, es sollte da sein. Und da kann ich wahrscheinlich noch ein bisschen nach außen fahren, dass wir diesen roten Schimmer da jetzt nicht so dabei haben. Okay, jetzt bestätige ich das Ganze mal mit Okay und gebe mal die Deckkraft nach oben auf 100%. Und da sieht man natürlich gleich, dass es einige Dinge gibt, die jetzt nicht stimmen. Angefangen einmal von der Helligkeit, weiter von der Körnung, also ich habe da jetzt kein Bildrauschen und von der Unschärfe. Ich habe da natürlich eine gewisse Unschärfe drauf. Ich blende das mal aus. Dann habe ich da einen Lichtreflex drauf, den müssen wir einbauen. Und ich muss natürlich hier irgendwie das raus maskieren. Und vielleicht fange ich da einfach einmal mit dem Rausmaskieren an. Und in diesem Fall wird das wahrscheinlich händisch am besten noch funktionieren. Irgendwie kind of am besten. Und ich starte mal damit, dass ich das jetzt einfach einmal wegmaskiere. Und zwar ganz grob, wenn man so will. Dafür nehme ich mir da jetzt einfach einmal das Lasso. Dieses Lasso hat aktuell 0 Kantenstärke. Und nehme einfach einmal so diesen Bereich hier hin. Und maskiere mir das, indem ich da einfach auf die Maske klicke. Jetzt kann ich mittels Command-I die Maske invertieren. Da gleich einmal so ein kleiner Tipp. Man sieht jetzt nämlich, dass die Position nicht ganz stimmt. Und das möchte ich vielleicht im Nachhinein korrigieren. Aktuell noch nicht. Und deshalb gleich einmal hier dieses Kettensymbol wegnehmen. Denn mit dem Kettensymbol ist natürlich die Datei mit der Maske verknüpft. Ohne Kettensymbol, wie man eben schon glauben wird, ist es natürlich nicht mehr verknüpft. Ja, darum gleich einmal die Kette wegnehmen. Ja, und jetzt gehe ich auf die Maske. Denn um die wird es mir jetzt gehen. Beziehungsweise auf die Hintergrund-Ebene. Zuerst gehe ich da mal auf mein Schnellauswahlwerkzeug und probiere, dass ich diese Bereiche hier im inneren Bereich einfach einmal auswähle und maskiere. Das heißt, da war es ein wenig zu viel. Das ist aber da unten egal. Und jetzt habe ich mich versehentlich verklickt. Da war ich auf der Alt-Taste. Also mache ich das mal rückgängig. Da jetzt ohne Alt-Taste. Schauen wir mal, ob ich das jetzt mitkriege, so ich es haben will. Falls das da jetzt nicht funktioniert, und hier schaut es so aus, als würde es nicht funktionieren, werde ich diese Linie wahrscheinlich mit dem Zeichenstift-Werkzeug machen. Also Command-Z ein paar Mal rückgängig, dass ich nur den unteren Bereich hier habe. Der ging wahrscheinlich auch mit dem Zeichenstift-Werkzeug ganz gut. Ich schaue mal, ob Photoshop hier in diesem Bereich irgendetwas Vernünftiges macht. Nein, schaut eigentlich wahrscheinlich nicht mehr so aus, als würde das so richtig vernünftig hier irgendwo maskiert werden. Man muss nämlich da auch ein bisschen darauf achten, dass da im Hintergrund ja diese Tasse steht und diese Tasse ja die Form da hinten weiterführt. Aber ich bleibe mal so in dieser Richtung. Jetzt gehe ich mal da rauf auf meine Maske, nehme mir einen Pinsel. Dann kann ich jetzt einen weichen Pinsel nehmen, vielleicht einen ganz weichen. Da habe ich übrigens beim Publisher auch schon ein Tutorial erstellt, wie ich mit meinen Werkzeugvorgaben arbeite. Und jetzt kann ich mittels Command-H die Extras heiden, einmal ausblenden und da einfach einmal so reinmalen. Da sollte auch noch irgendetwas sein, genau da unten ist es aus. Und das ist jetzt natürlich viel zu extrem aktuell. Mit Command-H nehme ich mir jetzt diese Extras wieder rein. Da kann ich auch mal drüber malen und schauen, ob das so passen könnte. Jetzt Command-D, ich blende mal die Extras aus und bin da jetzt so in einer eher, ja ich sage mal, nicht so optimalen, quasi von der Deckkraft optimalen Einstellung. Aber ich werde zu dem wahrscheinlich noch kommen. Hoffentlich, sage ich mal. Jetzt werde ich mal die Position anpassen vom Smart-Objekt. Also klicke ich mal auf diese Ebene, Command-T. Da das ein Smart-Objekt ist, ist natürlich die Originalposition gespeichert. Jetzt nehme ich wieder den Command-Klick und ziehe das ein bisschen nach oben und ein bisschen nach rechts, dass ich eben hier in der Verlängerung dieser Kante bin und hier in der Verlängerung von dieser Kante. Ich bestätige das Ganze mit OK. So weit, so gut. Jetzt nehme ich mir den Zeichenstift, Shortcut P für Pen und gehe jetzt einmal entlang dieser Kante, also von diesem Griff. Das heißt von hier bis hierhin, da bin ich jetzt versehentlich schon angekommen. So, also klicken und ziehen. Ich möchte ja diese Kurve da erhalten. So ist gut. Ein Alt-Klick auf diese Kante, dann kann ich das da raufnehmen. Ein Command- oder Steuerung-Klick, dann kann ich das da rüberziehen. Command-Klick hier anpassen und dann gehe ich nicht ganz so weit rauf, sondern wahrscheinlich nur bis hierhin. Klicken und ziehen. Gedrückte Leertaste, ich ziehe mir den da ein bisschen da nach oben. Command-Klick, dann kann ich den da runterziehen. So, klicken und ziehen, Leertaste noch ein bisschen korrigieren, klicken und ziehen, klicken und ziehen. Gehe da mal so außen rundherum. Dann drehe ich mir das Bild mit gedrückter R-Taste, damit ich es hier am Grafik-Tablett etwas besser sehe, wo ich da jetzt bin. Ja, ich könnte das jetzt mit einer sehr, sehr lange Kurve machen, aber ich setze mir einen zweiten Punkt rein und schiebe den da mal nach draußen. So, gehe da hin und dann passt das so. Okay, dann klicken, 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 Command-Enter, dann wird das jetzt zu meiner Auswahl und jetzt kann ich das mittels falsch, nicht Command-Backspace, sondern Option-Backspace einfach füllen, mit Command-D quasi aufheben und mit Escape gerade stellen. So, jetzt liegt das einfach einmal so herum. Okay, so weit so gut, diese Kante hier außen wird wahrscheinlich funktionieren. Der Bereich da innen, da wird es jetzt ein bisschen quasi kreativer, wenn man so möchte. Und zwar ist ja die Maske aktuell so, dass alles, was weiß ist, ja komplett deckend ist. Hier aber im Glasbereich sollte das natürlich nicht weiß sein, sondern eher grau. Also werde ich da jetzt einen Pinsel nehmen, mit wenig Deckkraft und ganz weich, also Härte steuert den Druck, die Deckkraft, sorry, der Druck steuert die Deckkraft zu, die Härte ist null. Und ich gehe da jetzt einfach einmal mittels 3 auf der Tastatur auf 30% Deckkraft. Drehe mir das Ganze da jetzt rüber und beginne jetzt mit schwarzer Farbe, mit dem Pinsel, hier diese Bereiche quasi wieder raus zu maskieren. Also da möchte ich gar nicht so viel durchsehen. Genauso hier. Also ich male das jetzt mit einzelnen Strichen, mit schwarz wieder raus. Und jetzt kann ich mit weiß, also ich habe jetzt auf X gedrückt, mit weiß, kann ich jetzt anfangen und sagen, okay, da möchte ich vielleicht ein bisschen was sehen und da ein bisschen was. Und da kann ich sogar die Deckkraft noch weiter zurückgeben, auf vielleicht sogar 10%. Und damit weiß, die Bereiche, wo man wahrscheinlich ein bisschen was durchsieht, ein wenig reinmalen. Hier könnte es natürlich auch sein, dass man ein bisschen was durchsieht. Hier auch. Dann vielleicht sieht man da ein bisschen was durch. Auch hier an dieser Kante, wo die Wandstärke immer dicker wird, so wie es hier ist, da sieht man natürlich weniger durch. Jetzt mit schwarz male ich den Bereich da zurück. Da kann ich wirklich ein paar Mal klicken, damit der Übergang auch ein bisschen schöner und weicher wird. Also jetzt viel schwarz und viele Klicks. Da kann ich vielleicht sogar auf 30% gehen und gehe damit 30% drüber. Auch an dieser Kante. Ich drücke da jetzt auch schon relativ stark mit dem Grafiktablett auf, damit ich diese Ecke quasi zurück male. Das werde ich da oben auch noch ein wenig machen. Dann, wie gesagt, jetzt mit schwarz unterwegs. Die obere Kante nehme ich da auch zurück mit schwarz. Jetzt bin ich da an dieser Kante quasi rausgekommen. Das muss ich dann danach korrigieren, beziehungsweise wieder zurückholen. So. Also viel schwarz. Gehe da mal mit Escape wieder raus, damit ich es drehe. Dann war es so vorher, so nachher. Und man sieht schon, okay, da unten schaut es eigentlich schon sehr in Ordnung aus. Hier ist es vielleicht ein bisschen zu stark. Immer schauen, dass man auf der Maske arbeitet. Aber das könnte so eigentlich ganz gut funktionieren. Da mit schwarz. Da oben kann ich quasi mit weiß. Oh, da bin ich zu viel. Also mit zu viel Deckkraft unterwegs. Also runter auf 10%. Eins, zweimal da reingemalt. Okay, so weit, so gut. Da mit schwarz nehme ich diesen Bereich da ein bisschen weiter zurück. Also da klicke ich jetzt ein paar Mal mit schwarz drüber. Und nehme damit einfach die Deckkraft raus. Auch in diesem Bereich. Ich gehe da mal rauf auf 30% und drehe mir das Bild jetzt rüber. Und male jetzt mit viel schwarz drüber. Damit ich nur mal so ein bisschen was von dem Schachbrett rausbekomme oder raussehe. Hier diese Kante, die hier, habe ich mir versehentlich weggemalt. Das macht aber nichts, denn mit Command-Shift-D kann ich die letzte Auswahl, das ist hier oben, erneut auswählen. Und jetzt kann ich natürlich mit einem Brush, mit weiß und 100% Deckkraft diesen Bereich natürlich wieder reinmalen. Also kein Stress, alles in Ordnung. Jetzt male ich hier einfach innerhalb. Command-D, steuert auf Windows, escape, wieder gerade. Das Ganze ist zurückgesetzt. Okay, ich lasse das mal so stehen für den Anfang. Also hier diesen leichten Bereich, wo man durchsieht. Auch hier diesen leichten Bereich. So was vorher, so ist es jetzt. Vorher jetzt. Könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Was mir noch nicht gefällt, ist jetzt diese Kante, die jetzt eine sehr, sehr harte Kante ist, die ich zuvor maskiert habe. Die möchte ich jetzt weicher bekommen. Und ich möchte das jetzt quasi global weicher bekommen. Beziehungsweise, ja doch, global, dann geht es schneller. Das heißt, ich nehme mir jetzt ein Lasso mit, ja ein paar Pixeln. Ein paar Pixeln hätte ich gesagt. Also circa zwei mit weicher Kante. Und nehme mir jetzt genau nur diese weiche Kante. Das heißt, ich fahre einmal rüber. Da unten möchte ich die weiche Kante auch haben. Hier. Und da bleibe ich innen. Zack. Das heißt, ich habe jetzt auf der Maske im Grund diesen Bereich hier ausgewählt. Das ist jetzt der Bereich, den ich jetzt mit einem Gauschen-Weichzeichner weichzeichnen werde. Nämlich auf der Maske. Also Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher-Weichzeichner. Acht ist natürlich viel zu stark. Ich gehe mal rauf auf 1. Und jetzt sieht man, dass die Kante, die vorher hart war, jetzt mit einem Pixel weich gezeichnet wird. Und je weiter ich da rauf fahre, umso weicher wird das Ganze. Das heißt, in diesem Fall ist wahrscheinlich unter einem Pixel. Also nicht, ja, 0,3 greift es. Ich gehe einmal auf 0,5 circa in der Weichzeichnung. Dann bekomme ich da jetzt eben eine weiche Kante. Und so ist das eigentlich ganz okay. Also klicke ich da auf OK. Command D. Ich kann das jetzt zurücknehmen. Ist weg. Und habe da jetzt die Maske angepasst. Jetzt sieht man, dass ich hier noch eine unschöne Überlagerung habe. Darum nehme ich mir da den Wischfinger. Den ein bisschen kleiner machen. Das ist ja jetzt eben ein Wischfinger mit Härte 0. Und jetzt kann ich diese Kante da mit Gefühl nach innen schieben. Damit ich eben diese Blitzer nicht mehr sehe. De facto schiebe ich da jetzt einfach diese Maskenkante hin und her. Und kann da jetzt wirklich sehr, sehr gezielt und schön und kontrolliert da jetzt auch die Kante nach unten schieben. Das könnte dann ein wenig weicher werden. Das passt. Kante da nach unten schieben. Ja, so weit, so gut. Sollte es so eigentlich hinhauen und funktionieren, wie man bei uns sagt. Da muss ich die Kante wahrscheinlich ein wenig rausschieben. Sogar. Genau. Da ein bisschen nach drinnen. Damit ich jetzt einfach einen schönen Übergang bekomme. Okay, so weit, so gut. Das heißt, das sollte jetzt so einmal funktionieren. Sage ich mal. Was aber noch gar nicht funktioniert, ist jetzt einmal die Weichzeichnung. Denn es ist ja so, dass wir hier in der Unschärfe sind. Das heißt, ich gebe mir da jetzt eine Weichzeichnung drüber. Und da möchte ich eine spezielle Weichzeichnung drüber geben. Denn es ist so, dass hier der hintere Bereich unschärfer ist als der vordere Bereich. Und dazu wechsle ich jetzt eben auf dieses Smart-Objekt. Ich speichere mir das Ganze ab. Klicke jetzt auf Filter, Weichzeichnungsgalerie. Und nehme mir da jetzt in diesem Fall den Tilt-Shift-Weichzeichner. Und der Tilt-Shift-Weichzeichner funktioniert so. Der wird automatisch angelegt. Das heißt, ich habe jetzt einen Bereich, in dem er gar nicht wirkt. Das ist jetzt zwischen den durchgezogenen Linien. Und dann habe ich den Bereich, wo er in der Schärfe quasi auf, also die Unschärfe immer weiter aufbaut. Das heißt, von hier bis hier wird es unschärfer. Und von hier bis hier wird es auch unschärfer. Jetzt ist es aber so, dass ich eigentlich nur diesen, also eine Seite brauche. Das heißt, ich schiebe mir den einmal da nach unten. Und nehme den da jetzt auf den Punkt und drehe den Punkt darüber. Und jetzt möchte ich die Unschärfe quasi da nach außen immer weiter aufbauen. Das heißt, die Unschärfe wird da jetzt nach hinten immer größer. Da es aber so ist, dass da vorne auch eine Unschärfe ist, ziehe ich hier den Filter nach draußen. Und jetzt sieht man, wie da vorne eine gewisse, eine leichte Unschärfe ist. Und nach hinten wird die Unschärfe immer, immer größer. Das kann ich jetzt natürlich noch ein wenig anpassen. Ich nehme das vielleicht so gesamt ein wenig zurück. Damit sich die Unschärfe da jetzt nach hinten immer weiter aufbaut. Genau. Vielleicht so. Eventuell ist das sogar ein bisschen zu stark. Ich gehe mal da und ziehe den sogar noch weiter nach draußen. Damit ich so einen, einen leichten Unschärfeverlauf habe, der auch schon hier startet. Und danach außen immer, immer unschärfer wird. Ich denke, so könnte das ganz gut funktionieren. Der Vorteil darin ist übrigens, ich gehe da mal mit OK raus. Durch das, dass dieser Effekt jetzt auf das Smart-Objekt als Weichzeichner-Galerie angewendet wird, kann ich diese Unschärfe jederzeit noch anpassen. Falls das quasi nicht ganz stimmt. Oder auch so wie in diesem Fall. Wenn durch die Unschärfe hier so ein kleiner Blitz herauskommt, kann ich jederzeit, weil das ein Smart-Objekt ist, nicht mit einem Doppeltrück-Klick rein, sondern einfach das markieren und mittels Kommand T da reingehen und diesen Punkt ganz minimal noch noch rausschieben. Damit ich eben durch die Weichzeichnung, Enter, hier diese rosane oder diese orangefarbene Überlagerung nicht bekomme. Okay, so weit, so gut. Das heißt, dieses Bild ist jetzt unscharf oder wird in der Unschärfe nach hinten immer, immer unschärfer. Jetzt möchte ich auf das Rauschen eingehen. Dafür erstelle ich mir eine neue Ebene. Die mache ich mittels Shortcut, Command-Shift-N. Den nenne ich mal Rauschen. Und fülle diese Rauschen-Ebene mit Shift-Backspace, also Großschreibtaste und Löschen-Taste mit 50% Grau. Und diese Ebene wird jetzt in ein Smart-Objekt konvertiert. Und dieses Smart-Objekt wird jetzt mittels Alt-Klick auf die Ebene darunter quasi eingeklippt oder beschränkt und in den Blend-Modus auf weiches Licht gesetzt. Dadurch sehe ich den Inhalt jetzt nicht mehr, weil 50% Grau ist bei weichem Licht die neutrale Farbe. Okay, was mache ich jetzt? Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Und was jetzt gemacht wird, ist, dass ich auf dieser Rauschenebene eben ein Bildrauschen hinzufüge. Und dieses Bildrauschen soll quasi dem Rauschen von dem Originalbild hier oben entsprechen. Jetzt sieht man aber ein kleines Problem. Weil ich da jetzt ein reines Weiß und ein reines Schwarz habe, kann ich das Rauschen nicht so wirklich gut beurteilen. Das heißt, ich muss das jetzt so irgendwie mit Gefühl machen. Damit ich das aber besser beurteilen kann, gehe ich mit einem Doppelklick da jetzt in dieses Smart-Objekt rein. Und erstelle mir da oben jetzt einfach quasi eine Gradationskurve. Und ich helle die dunklen Bereiche auf. Und ich dunkle die hellen Bereiche ab. Einfach mit einer Gradationskurve. Klicke dann mal auf Speichern. Dann wird das jetzt gespeichert. Hier wird es aktualisiert. Und jetzt sieht man natürlich, dass das Rauschen da drauf liegt und natürlich ein bisschen zu stark ist. Darum gehe ich da wiederum rein und gehe da runter auf 10 zum Beispiel. 10 ist eventuell sogar ein bisschen zu schwach. Ich gehe da vielleicht rauf auf 15, so in der Richtung. Genau, damit ich da einfach ein Bildrauschen drüber liegen habe. Okay, soweit so gut. Ich habe da jetzt quasi das Bildrauschen. Und was ich jetzt machen möchte, ich blende mal das Rauschen aus, beziehungsweise ich blende mir die ganze Ebene aus. Ich habe ja da im Verlauf von dem Monitor hier solche Reflektionen runter. Und diese Reflektionen möchte ich natürlich auch in meinem Originalbild dann drinnen haben. Dadurch wirkt es einfach realistischer. Ich gehe mal da rein und blende mir da jetzt meinen Safari drüber ein. und diesen Safari werde ich jetzt mit einer Gradationskurve, also gesamt diesen Monitor, ich nenne das jetzt mal Monitor Gesamt, ich mache es mal da drinnen, einfach den Weißpunkt ein wenig nach unten ziehen. So, klicke dann mal auf Speichern, Command S, gehe da rüber, jetzt muss jetzt der Filter aktualisiert werden. Und jetzt sieht man, das liegt jetzt da drinnen. Aber ich habe eben keine Glanzspuren. Und diese Glanzspuren möchte ich aber natürlich haben. Okay, jetzt ist die Frage, wo bekomme ich die? Ich bekomme die natürlich aus dem Originalbild. Die Frage ist natürlich auch, wie bekomme ich die? Das zeige ich jetzt her. Ich erstelle mir hier eine Gradationskurve drüber. Die Kurve nenne ich jetzt Spiegelung oder Helligkeit, Lichtverläufe, nennen wir es so. Ziehe mal den Weißpunkt da relativ stark nach oben und invertiere mir die Maske, Command I. Okay, und was ich jetzt machen kann, ist folgendes. Ich nehme da jetzt einfach einmal einen Pinsel, B für Brush und mache den Größe und die Deckkraft, die Härte härter und schaue mal, dass ich die Größe ungefähr auf diesen Lichtspur da anpassen kann. Und jetzt auf dieser Maske klicke ich mal da oben hin. Erster Klick. Und jetzt gehe ich mit einem Shift-Klick hier gerade nach unten. Und jetzt kann ich da nach drüben gehen. Klick, Shift-Klick und gehe mal da nach oben. Und Klick, Shift-Klick, gehe mal da nach unten. Falls ich da jetzt zu weit rüber gefahren bin, kann ich natürlich mit Schwarz wieder hergehen und sagen, Klick, Shift-Klick. Und nehme das weg und auch hier drüben, Klick, Shift-Klick und nehme dieses Eck weg. Okay, so weit so gut. Den ein bisschen kleiner und weicher machen. Wiederum mit Weiß. Und jetzt gehe ich daher, Klick, Shift-Klick. Gehe ein bisschen rein, Klick, Shift-Klick. Nimm das mit. Dann den Pinsel kleiner machen. Und hier ist es nicht so ganz extrem intensiv. Also gehe ich runter auf 60% Deckkraft mit Weiß. Von hier, Klick, Shift-Klick. Fall mal da runter, das war extrem weit daneben. Also Kommand Z, Klick. Pinsel ein bisschen kleiner. Shift-Klick. Ja, da komme ich gerade irgendwie nicht so richtig schön hin. Jetzt könnte ich das natürlich auch bauen. Was meine ich damit? Ich erstelle mir mal eine neue Ebene und mache mir da einfach mal ein Rechteck. Dieses Rechteck mache ich Weiß. Und mittels Command-T kann ich das jetzt quasi freitransformieren. Das heißt, ich lege das mal da oben hin, fahre mal da her, drehe das jetzt so rüber, ziehe das da rüber. So, die Kante passt. Dann den da wieder in die Mitte gesetzt, hier hin. Und mit gedrückter Shift-Taste kann ich das jetzt so zurücknehmen. Das ist jetzt Nummer 1. Und jetzt mit gedrückter Alt-Taste kopiere ich mir den da mal da rüber. Das ist, sagen wir mal, hier hin. Und Command-T, freitransformieren. Und gedrückte Shift-Taste. Und gedrückte Alt-Taste. Ich skaliere mir das da mal rein. So. Okay, so weit, so gut. Beide Mittel, Command-E zusammenrechnen. Und dann ein Gausch-Weichzeichner drüber, damit ich da jetzt quasi die Weichzeichnung von diesen Lichtstrahlen da reinbekomme. Und jetzt möchte ich diese Lichtstrahlen, jetzt nicht ganz da liegen, wo sie hingehören, sehe ich gerade. Command-T, ein bisschen rüber drücken. Mit gedrückter Command-Taste in diesem Fall. So. Jetzt möchte ich diese natürlich auf meiner Maske haben. Weil im Endeffekt habe ich ja da meine Lichteinstellung. Also Command- oder Steuern-Klick auf diese Helligkeit. Das kann ich jetzt ausblenden. Und jetzt gehe ich mit einem Brush mit 100% Deckkraft da rein. Und male mir diese zwei Lichtstrahlen da einfach drauf. Command-T, weg mit dem Ding. Die Ebene brauche ich nicht mehr. Zack. Und jetzt habe ich natürlich da die Helligkeit irgendwo liegen, wo ich sie eigentlich nicht brauche. Aber schneller fix. Das heißt, ich ziehe die mal hier unter das Rauschen rein. Und man zieht ab dem Moment, wo die da drinnen liegt, beziehungsweise ich lasse mal oben und ich mache einen Alt-Klick, wird jetzt diese Helligkeitsanpassung nur auf die darunterliegende Ebene angewendet. Das heißt, ich habe jetzt da diese Helligkeitsanpassung nur auf der darunterliegenden Ebene und kann jetzt sagen, wie hell das Ganze sein soll. Das heißt, ich ziehe das mal so mit Gefühl darüber. Ich orientiere mich hier in dem oberen Bereich einfach an dieser Kante und an dieser Kante. Ich kann das natürlich jetzt auch so noch ein wenig weiter aufhellen. So, und habe damit jetzt diesen Lichtschein da jetzt über diese Bildelemente drüber liegen, den ich eben vorher nicht hatte. Original hat er eben so ausgeschaut und jetzt liegt er über meiner Datei drüber und ich kann den natürlich noch jederzeit noch so anpassen, wie ich das einfach haben möchte. Zur Sicherheit lege ich es da jetzt unter das Rauschen, weil das Rauschen liegt quasi einfach über den Ganzen drüber. Okay, jetzt habe ich dann den Lichtschein, Command-S. Das passt so eigentlich schon einmal ganz, ganz gut. Und was ich jetzt noch mache, möchte ich den Hintergrund natürlich anpassen. Also Doppelklick auf mein Smart-Objekt. Ich möchte da natürlich quasi kein Schachbrettmuster. Und in diesem Fall möchte ich einfach ein LinkedIn Blau als Hintergrund haben. Das heißt, ich erstelle mir da eine Farbfläche, klicke auf dieses Blau, sage OK. Das heißt, ich habe da jetzt meine Farbfläche, klicke auf Speichern, damit das jetzt gespeichert wird. Ich gehe mal da rüber. Jetzt habe ich hier dieses LinkedIn Blau auch im Hintergrund. Das passt so ganz gut. Eventuell möchte ich da jetzt mein Fenster ein bisschen kleiner haben. Also gehe ich da rein, Command-T und mit gedrückter Alt-Taste aus der Mitte skalieren. Und ich schiebe es vielleicht da ein bisschen weiter nach links rüber. Enter, speichern, hier rüber gehen, warten, bis die Smart-Objekte aktualisiert sind. Das braucht einen Moment. Und jetzt habe ich nämlich auch hier den Bereich, dass ich da quasi so ein bisschen in diesen Bereich reinrutsche oder reinfalle. Ich merke aber, ich möchte es größer haben. Also Command-T, das ist jetzt so ein bisschen die Geschmackssache, wie man es einfach haben möchte. Ich möchte es in dem Fall jetzt fast maximal skaliert haben. Sagen wir mal so. Unten vielleicht quasi in diesen Bereich rein. Okay. Mit Enter bestätigen, zumachen und speichern. Warten, bis das Smart-Objekt wieder aktualisiert worden ist. Das passt soweit. Und jetzt kann ich auf die Maske gehen und wiederum mit einem sehr weichen Pinsel mit wenig Deckkraft, also 10%, hier zum Malen beginnen. Und wie viel Brush in Weiß haben wir. Und da einfach schauen, dass ich ein bisschen mehr quasi durchsehe. Dass ich da einfach so ein bisschen was von Blau sich rein spiegelt. Hier ein wenig dieser Original-Braun-Ton wegkommt. Und dass man da jetzt eventuell auch ein bisschen was von der Schrift zieht. So weit, so gut. Dann auch hier ein bisschen weißer das Ganze. Also da jetzt einfach mit Gefühl reinmalen. Und jetzt sehe ich, okay, die Kante da gefällt mir nicht. Also Wischfinger. Und ich schiebe da die Kante rein, dass ich hier diesen Blitzer nicht habe. Dann kann ich die Kante auch direkt nehmen und hin und her fahren. Dadurch wird die Kante ein wenig weicher gezeichnet. Aber dieser schwarze Schein gefällt mir da jetzt nicht. Das heißt, der kommt da jetzt ein wenig weg. Okay, das passt. Falls ich da jetzt diesen Braun-Ton hier auch ausschließen möchte, kann ich da mit einer neuen Ebene hergehen. Diese Ebene nenne ich jetzt einfach mal Farbe. Die wechsle ich auch in den Blend-Modus Farbe. Ich nehme da jetzt einen Pinsel und nehme da jetzt einfach die Farbe, die ich da jetzt drüber malen möchte. Ich gehe da mal auf 60% Deckkraft und kann da jetzt quasi diesen Rotstich da einfach ein bisschen rausmalen, wenn ich das jetzt quasi hier nicht haben möchte. Also Farbe von hier aufnehmen und da mit Gefühl drüber malen. Dann hatte ich hier zuvor so diesen leichten Rotstich und den nehme ich so ganz minimal raus. Kann ich hier auch machen. Moment, Fehler meinerseits. Den muss ich nach oben legen und ohne der Maske machen, weil sonst merkt man es nicht. Genau, so ist es besser. Jetzt kann ich mit einem Eraser, der ganz weich ist und auch wenig Deckkraft. 20% hier diese Farbanpassung vielleicht sogar ein bisschen rausmalen. Genau, so ist es gut. Ich nenne das jetzt Farbkorrektur. Korrektur lokal. Command-S speichern, Escape gerade. Und dann liegt hier jetzt dieses Bild drin. So ist es vorher, so ist es vorher, so ist es nachher. Genau, funktioniert. Und damit jetzt die Farbe natürlich auch noch zusammenpasst, weil ich habe da anderen Farbton wie hier im unteren Bereich. Kann ich jetzt noch hergehen und drüber. In dem Fall nehme ich jetzt eine Verlaufsumsetzung. Und diese Verlaufsumsetzung möchte ich von schwarz, soll ein leichter dunkelblau Schimmer sein. So was. Und weiß passt. Aber da möchte ich einen leichten Gelbschimmer drinnen haben. Also hier in der Richtung. Und jetzt diese Verlaufsumsetzung, da brauche ich die Ebenenmaske nicht, die kann ich löschen. Hier in dieser Verlaufsumsetzung den Blend-Modus einfach auf weiches Licht setzen. Dann habe ich da jetzt nämlich diesen Farblook drüber. Und jetzt kann ich noch anpassen, indem ich da jetzt reingehe und das Weiß vielleicht ein bisschen dunkler gestalte. Dann gehe ich hier rein und das ziehe ich auch ein bisschen Richtung dunkler runter. Vielleicht so in diese Richtung. Und dieses dunkelblau kann ich da ein bisschen aufhellen. Und in der Sättigung noch ein wenig rausnehmen. Vielleicht so in der Richtung. Und mit OK bestätigen. Und was ich jetzt habe, ist, dass ich einfach da quasi dieses Bild einerseits vom Rauschen zusammengebracht habe, andererseits auch vom Farblook so zusammengebracht, dass das entsprechend passt. Falls ich jetzt quasi zu hell geworden bin oder zu viel Kontrast reingebracht habe, in dem Fall eher zu viel Kontrast, kann ich da noch reingehen und das ein bisschen weiter aufhellen. Sagen wir mal bis hier hin. Mit OK bestätigen. Ja, genau. Jetzt kommen wir schon langsam hin, dass es nicht so stark ist. Und was ich da jetzt noch machen werde, ist eine Retusche-Ebene. Dann nehme ich mir jetzt ein Retusche-Werkzeug. Sagen wir das hier. Und werde hier jetzt diese, was das auch immer ist, diesen Punkt hier wegretuschieren. Und dann passt das eigentlich. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich speichere das Ganze ab. Natürlich, wenn man es jetzt für Social Media wiederum rausrechnen möchte, würde man es da jetzt einfach wiederum über exportieren, als JPEG exportieren. Habe ich auch in einem anderen Tutorial hergezeigt. Aber das Wichtige in dem Tutorial, es ist einfach, also den Realismus, damit man es quasi kauft, den Effekt, ist einfach so, dass man wirklich darauf schauen muss, dass man aufs Rauschen, aufs Bildrauschen achtet. Die Perspektive muss stimmen, die Lichtreflexe sollen quasi vom Originalbild übernommen werden. Und dann sollte das auch schön rein maskieren. Und ich glaube, da hat man eben jetzt gerade gesehen, auf was man da alles so achten kann, wenn es einmal ein bisschen genauer und ein bisschen schwieriger sein soll. Also ausprobieren, dranbleiben und besser werden.